Musik Ludwig Bund, Lukas, gelesen von Jasmin Stab In einem Dorf lebte einst eine Witwe mit ihrem einzigen Sohn, welcher Lukas hieß, in großer Dürftigkeit. Doch beide waren so brav und gut wie arm. Lukas hütete bei einem reichen Pächter die Schafherde. Die Mutter drehte emsig die Spindel, wofür sie Hausmiete und sonstige Bedürfnisse erhielt. Lukas war als Kind immer schwach und kränklich gewesen. Doch seitdem er Tag für Tag mit der Herde auf den freien Bergen umherzog, wurde er schön, stark und groß. Seine Mutter hatte ihm oft von dem Vater erzählt, wie er die Welt durchmessen, wie er als Krieger in den Kampf gezogen, welche Schlachten er mitgemacht und wie er zuletzt auf dem Schlachtfeld schwer verwundet gestorben sei. Solche Erzählungen wirkten mächtig auf das Herz des jungen Mannes. Und wenn er mit der Herde einsam zwischen den Felsen umherschweifte, trat ihm das Bild seines Vaters vor die Seele. Dann ließ es ihn nicht ruhen, dann erfasste auch ihn die Lust, die Welt zu sehen. Als er einst an einem schönen Herbsttag die Zugvögel sich sammeln und fortziehen sah, da wurde seine Brust von einer solchen Wanderlust erfüllt, dass ihm die hellen Tränen von der Wange fielen. Doch nach kurzer Zeit hatte ihn ein anderer Gedanke erfasst. Er trocknete seine Tränen, trieb die Herde zusammen und geradezu nach Hause. Bald stand er vor seinem verwunderten Herrn und mit aufgeregter Stimme sagte er zu diesem »Herr, ich kann nicht bei euch bleiben. Ich will in die weite Welt reisen und mein Glück probieren.« Sein Herr sah ihn mit großen Augen an. Er ließ ihn ungern ziehen, denn er war brav und konnte gut mit der Herde umgehen. Und da er ihm dieses nicht merken lassen wollte, machte er ihm Vorwürfe, dass er seine Mutter verlasse. Doch kein Zureden und kein Vorwurf konnte den Lukas halten. Der Pächter gab ihm endlich den rückständigen Lohn und wünschte ihm Glück auf den Weg. Mit eiligen Schritten ging Lukas zu seiner Mutter. Doch als er sich ihrer Wohnung näherte, fiel es ihm plötzlich aufs Herz, dass sie fortan allein stehen würde. Und bei dem Gedanken blieb er zögernd an der Pforte stehen. Aber die Hoffnung, für sie wie für sich das Glück zu finden, trieb ihn hineinzugehen. Er trat vor seine Mutter. Leicht erkannte Dese an seiner Unruhe und aus seinem ganzen Wesen, dass er etwas Besonderes auf dem Herzen hatte. Und als sie ihm fest ins Auge sah und dann zutraulich bei der Hand fasste, da gestand er mit abgewandtem Gesicht seinen Plan. Im ersten Augenblick stand die Mutter vernichtet da. Tränen rollten über die gefurchten Wangen. Dann, nach einem tiefen Seufzer, sprach sie. Mein Sohn, wie du es willst, zieh hinaus. Gott wird dich beschützen. Und meine innigen Gebete begleiten dich. Schon nach wenigen Tagen stand Lukas mit einem leichten Ränzel, in dem er eine düftige Wäsche und einige Geldstücke hatte, reisefertig da. Als die Sonne hinter den Bergen hervorkam, riss er sich schnell aus den Armen seiner weinenden Mutter, die ihn nicht loslassen wollte. Er drückte sich den leichten Hut tiefer auf die Augen und eilte hinaus. Vor der Tür wandte er sich noch einmal um und schloss die Mutter fest an die Brust. Dann bug er schnell um die Hausecke und bald lag das Dorf hinter seinem Rücken. Eine geraume Zeit war vergangen. Lukas hatte noch immer seine Wanderlust nicht befriedigt. Er sah auf seiner Wanderschaft den Herbst schwinden, den Winter kommen und entfliehen und den Lenz erwachen. Und immer zog er weiter hinaus, sang sich ein lustiges Liedchen und war guter Dinge. Dabei war seine Barschaft bis auf drei Kreuzer zusammengeschmolzen. Diese aber wollte er zum Andenken an seine Heimat nicht ausgeben. So kam er eines Tages vor eine große Stadt, die rings von hohen Mauern umgeben war. Das war die Residenz eines großen, mächtigen Königs. Als er durch das starke Dreifache Tor schritt, kam ihm ein altes Mütterchen entgegen, welches ihm um ein Almosen bat. Er gedachte seiner Mutter, die er auf der Wanderung stündlich vor Augen hatte, und eine Träne drängte sich in sein Auge. Alsbald griff er in sein Säckel und gab der Alten seine so lang gesparten drei Kreuze. »Gotteslohn«, sprach die Alte, und freundlich lächelnd sah sie ihn an und drückte ihm fest die Hand. Er schritt weiter. Und als er die prächtigen Häuser sah, als er an den mit blendend weißen Marmorbildern besetzten großen Plätzen vorüberging, da wurde ihm ordentlich Bange zumute. Schüchtern verfolgte er die langen Straßen, und er wagte es kaum, sich nach irgendeiner Seite zu wenden, um etwas zu sehen. Nur zuweilen, wenn ein Wagen an ihm vorüberrasselte, blieb er stehen und sah der stolzen Äquipage und den schönen Pferden staunend nach. Endlich kam er an ein großes Gebäude, das rings von einem freien Platz umgeben war. Gesang und Jubel schallte ihm aus allen Fenstern entgegen, und lange sann er nach, was dort für lustige Menschen wohnen möchten. Er blieb stehen und sah nach den Fenstern und hörte auf die Lieder, die darinnen gesungen wurden. Da gewahrte er an dem weiten Portal des Gebäudes einen Mann im bunten, blanken Rock, mit Säbel und Muskete bewaffnet. Eine Bärenmütze auf dem Kopf, der ruhig auf- und niederging. Aha, sagte Lukas vor sich hin, da wohnen gewiss die Herrensoldaten. Nun richtete sich seine ganze Aufmerksamkeit auf den glänzenden Mann am Portal, der, als er sich beobachtet sah, sich seinen langen schwarzen Schnurrbart strich und seine Muskete so recht in der Sonne spielen ließ. Und nach und nach kam er dem Lukas, soweit er durfte, näher. Dem Lukas strahlten die Augen vor innerer Lust. Aber es fasste ihn ein Staunen, als plötzlich aus dem Portal ein ganzer Haufen ebenso blanker geputzter Männer kam, die sich in langen, schnurgeraden Linien auf dem Platz aufstellten. Sein Herz pochte laut, als die ganze Schar sich jetzt auf den Ruf eines einzigen drehte und wendete und mit der Muskete wie mit einem Fangball spielte. In der Nähe des Lukas hatten sich vor und nach eine Menge Zuschauer eingefunden. Doch er hatte sie alle nicht bemerkt. Er hatte nur für die Soldaten Sinn und war so begeistert, dass er mit Hand und Fuß alles nachmachte, was die Schar ausführte, wobei er seinen Reisestecken als Muskete benutzte. Er nahm es gar nicht wahr, dass die Umstehenden über seine seltsamen Bewegungen herzlich lachten. Endlich rückten die Soldaten wieder in das große Haus, und nur der, welcher vorhin so laut gerufen hatte, und einige alte Graubärte blieben auf dem Platz zurück. Da ging auch Lukas von seiner Stelle, aber nicht die Straße hinunter, sondern geradezu auf den Platz, wo die Gruppe stand. Mit dem Hut in der Hand ging er kühn auf den Anführer los, und dreist und laut sagte er, dass es alle hören konnten, »Ich will auch Soldat werden!« Man maß ihn vom Kopf bis zu den Füßen. Der Anführer aber trat ihm näher, nickte ihm freundlich zu, prüfte die Stärke seiner Arme mit einem kräftigen Griff und frug nach seinem Namen. »Lukas!« antwortete er keck, und ein Lächeln flog über die Gesichter der Graubärte. Der Anführer hatte gefallen an ihm. Er klopfte ihm wohlwollend auf die Schulter und gab ihm mit dem Handschlag den Werbekroschen. Nun wurde er einem der Graubärte übergeben, der ihn in das große Haus und zwischen die planken singenden Soldaten führte, in deren Mitte er bald fröhlich und singend saß. Und jetzt glaubte er, das Glück gefunden zu haben. Es war große Parade. Der König wollte seine Soldaten mustern. Musketen und Säbel und Knöpfe waren so plank, als ob alles aus purem Gold und Silber gewesen wäre. Auch Lukas stand mit in der Reihe. Wie sich das Volk so drängte und wie er alles so geputzt erblickte, da dachte er oft, »Wäre deine Mutter doch hier! Wie würde sie sich über die Pracht und über ihren Sohn freuen!« Der König kam. Alle seine Prinzen und Prinzessinnen und viele Fürsten und Ritter folgten ihm zu Ross und zu Wagen. Mit einem lauten »Hurra« wurden sie empfangen. Und der Jubel dauerte fort, während der König mit seinem Gefolge die Reihen entlang ritt. Die Trommeln wirbelten dazwischen, und die Musik schmetterte, dass es weit in der Runde wiederhallte. Und das dauerte so mehrere Stunden hintereinander. Als die Parade beendet war, musste Lukas auf Wache ziehen. Er kam als Posten vor ein kleines, wunderschönes Schloss, das von einer Zauberin bewohnt war. Die Zauberin hatte dem König einst das Leben gerettet, als er an einer unheilbaren Krankheit dann niederlag. Und dafür ließ ihr der König aus Dankbarkeit später das prächtige Schloss erbauen. Die Zauberin war gut und außerordentlich mitleidig, und nur schlechten Menschen war sie unhold. Man liebte sie allgemein, und sogar die Prinzessinnen besuchten sie oft in dem schönen Schloss. Aber sie fiel bald in Ungnade des Königs, als sie der schönsten Prinzessin die Zauberkunst lehren wollte. Er verbannte sie in das Schloss, verbot ihr, dasselbe nie mehr zu verlassen und keinen Besuch zu empfangen. Das Schloss aber ließ er mit einem breiten, wassergefüllten Graben umziehen, und eine schmale, goldene Brücke führte über diesen ins Schloss. Da nun aber die Zauberin trotz ihrer Macht das Schloss nicht anders als über die Brücke verlassen konnte, so glaubte der König sie stark genug bewahrt, wenn er eine Schildwache vor die Brücke stellte, die ihr den Übergang verwehrte. Aber der König irrte sich. Die Zauberin lachte seinem Verbot, denn täglich wusste sie die Soldaten zu täuschen, und in immer anderer Gestalt verließ sie täglich das Schloss. Sie rächte sich auch an dem König für sein ungerechtes Verfahren gegen sie. Kaum war sie aus dem Schloss, so eilte sie nach dem Palast des Königs, und wo er sich auch aufhielt, wie er sich auch verbergen mochte. Überall fand sie ihn, und wenn sie ihm gegenüberstand, fing sie so fürchterlich grausig zu lachen an, dass sich seine Haare vor Grauen emporhoben. Später ging sie ruhig und gelassen in ihr Schloss zurück. Die Schildwache wurde dann immer streng mit Arrest und Prügel bestraft, und keiner der Soldaten ging ohne Furcht auf den gefährlichen Posten. Lukas war das erste Mal hier, und überhaupt auf Wache. Er hatte noch nicht lange gestanden. Er dachte eben nach, was er tun solle, wenn die Zauberin erscheine, denn er war von allen Seiten auf die Klugheit derselben aufmerksam gemacht. Da sah er plötzlich aus den Toren des Schlosses ein liebliches Kind kommen, das erst schüchtern um die Blumenbeete vor dem Schloss ging, dann aber lustig bis auf die Brücke sprang. Er nahm sich vor, das Kind mit einem tüchtigen Scheldwort zurückzutreiben. Denn ihm ahnte wohl, dass die Zauberin unter der schönen Form verborgen war. Das Kind kam näher und näher. Jetzt war es nur noch einige Schritte von Lukas entfernt. Da blieb es plötzlich stehen, sah ihn an, lächelte ihm freundlich zu und ging ruhig ins Schloss zurück. Lukas sah ihm erstaunt nach. Er glaubte nun, die Zauberin werde bald in anderer Gestalt erscheinen und die Flucht umso kühner versuchen. Aber er täuschte sich. Die Pforte des Schlosses, die hinter dem Kind zugemacht wurde, blieb den ganzen Tag verschlossen. Und während der Nacht hörte er eine wunderbare Musik, die ihn munter erhielt und ganz froh und glücklich machte. Am anderen Morgen wurde Lukas von seinem Posten abgelöst und zum König gerufen. Mit Furcht und Zagen ging er hin, denn er glaubte, die Zauberin habe das Schloss trotz seiner Wachsamkeit dennoch verlassen. Aber der König hatte die Zauberin nicht gesehen und dachte, dass er das der Klugheit des Postens zu verdanken habe. Deshalb lobte er diesen über alle Maßen und gab ihm noch vieles Gold. Kaum hatte Lukas den Palast des Königs verlassen, da wurde der König schon wieder durch das entsetzliche Lachen der Zauberin gequält. Die Soldaten wurden noch strenger bestraft. Aber es half nicht. Die Zauberin erschien alle Tage, bis Lukas zum zweiten Mal als Posten vor die Brücke kam. Dieses Mal glaubte er nicht so glücklich zu sein. Traurig stand er auf seine Muskete gestützt. Er gedachte erst eine lange Zeit seiner Mutter, dann der Strafen, die seine Kameraden erlitten hatten, und im Geiste fühlte er schon die harten Prügel auf seinem Rücken. Als er so stand und missmutig nach dem Schloss schaute, öffnete sich leise die Pforte und ein kleines schwarzes Hündchen kam vorsichtig herausgeschlichen. Lukas stellte sich schnell mit der Muskete bereit, um mit einem Schlag oder Stoß das verzauberte Tier zurückzujagen. Bald war das Hündchen ihm nahe. Schon holte er zum Schlag aus. Da blieb das Tier plötzlich stehen, sah ihn mit leuchtenden Augen an, wedelte mit dem Schwanz und ging ruhig ins Schloss zurück. Wieder blieb den Tag über die Pforte verschlossen. Und als der Abend kam und während der Nacht hörte Lukas wieder die liebliche Musik. Als Lukas am anderen Tag von der Wache nach Hause kam, schickte ihm der König eine goldene Kette und ließ ihm vor allen Kameraden öffentlich danken. Bald kam Lukas zum dritten Mal auf den gefährlichen Posten. Wiederum war in der vergangenen Zeit keiner seiner Vorgänger ohne Strafe davongekommen und deshalb schlug ihm jetzt das Herz vor Erwartung hoch in der Brust. Das Schloss war wie ausgestorben. Nichts regte sich in demselben und diese Totenstille teilte sich der ganzen Umgegend mit. Als die Sonne bereits gesunken war, wurde es jedoch lebendig umher und in dem Schloss regte es sich geheimnisvoll und bald sah Lukas den hellsten Lichtglanz aus allen Fenstern strömen. Jetzt erst spannte er seine Aufmerksamkeit. Plötzlich öffneten sich die Flügeltüren des Schlosses und heraus kam eine alte, grauhaarige Frau, die langsam auf die Brücke zuschritt. Lukas blieb ruhig stehen. Oh, dachte er, die läuft mir nicht so schnell davon. Die Alte kam langsam heran und als sie ihm auf einige Schritte nah war, blieb sie stehen und sah ihn lange schweigend an. Endlich sprach sie, Du kennst mich nicht. Ich aber kenne dich genau. Und gewiss kennst du auch mich wieder, wenn ich dir diese drei Kreuzer zeige. Jetzt wurde es dem Lukas hell im Kopf. Er erkannte in der Alten dieselbe wieder, der er beim Eintritt in die Stadt die drei letzten Kreuzer gab. Und furchtsam und scheu blickte er zu ihr empor. Die Alte merkte es und sprach, Ich bin diejenige, welche man hier bewacht. Ich bin die Zauberin. Doch fürchte dich nicht, dir laufe ich nicht davon. Du bist ein braver Bursche und wirst einst noch recht glücklich werden. Nun fasste Lukas Zutrauen zu der Alten und mit gerührter Stimme sprach er zu ihr, Wie soll es kommen, dass ich glücklich werde? Die Zauberin sprach, Das warte ab. Hierauf gab sie ihm eine glänzende Feder und eine duftende Blume. Worauf sie weiter sprach, Derjenige, welcher diese Blume von dir bekommt, wird mit inniger Liebe an dich gefesselt sein und solange du die Feder besitzest, wird keine Krankheit dich befallen. Hüte sie wohl und gedenke mein. Hiermit wandte sie sich dem Schloss zu. An der Pforte winkte sie noch einmal. Dann schlossen sich die Flügeltüren und Lukas war allein. Die liebliche Musik erschallte und schwirrte die ganze Nacht um ihn herum. Am nächsten Morgen glaubte er, alles sei ein Traum gewesen. Doch Feder und Blume, die er an seine Brust gesteckt hatte, kündeten ihm die Wahrheit. Kurze Zeit vorher, ehe er abgelöst wurde, ging die schönste der königlichen Prinzessinnen mit ihrem Gefolge spazieren. Sie kam an dem Schloss der Zauberin vorbei, das sie seit der Verbannung desselben nicht gesehen hatte. Sie wollte eilig vorübergehen. Da gewahrte sie plötzlich den Lukas an der Brücke und die schöne Blume und Feder an seiner Brust. Sie blieb stehen und sah den Lukas prüfend an. Lukas fuhr zusammen. Die Schönheit der Prinzessin war ihm bis ins tiefste Herz gedrungen. Er wusste nicht, dass sie die Königstochter war, doch er musste sich abwenden, denn ihre Augen schienen ihn zu durchporen. Endlich redete die Prinzessin ihn an und bat um die schöne Blume. Lukas hatte bereits die Zauberin und alle ihre Worte vergessen. Es schwindelte ihm im Kopf. Er fühlte nichts, dachte nichts, er zog die Blume mit der Feder zugleich von der Brust und reichte sie der Prinzessin. Diese ging dankend davon. Lukas blieb träumend zurück und nach kurzer Zeit weckte ihn der Ruf »Abgelöst« aus seinem Sinnen. Die ganze Residenz war in tiefer Trauer. Die schöne Prinzessin war krank und keiner der vielen gelehrten Doktoren, die herbeigerufen wurden, wussten Rat. Diese konnten nicht einmal den Grund ihrer Krankheit ermitteln. Nur sie und die Zauberin konnten ihn. Die Zauberblume, die sie von Lukas bekommen, hatte ihr die Krankheit gebracht. Sie litt am Herzen. Sie liebte den armen Soldaten mit aller Glut und da sie sich selbst sagte, dass sie ihm für immer entsagen müsste, erlag sie dem Gefühl. Auch Lukas kam in Gefahr. Er hatte den Rat der Zauberin nicht beachtet, indem er die Zauberfeder von sich gab. Und dafür erschien auch bald der durch sie abgehaltene Feind. Gleich nachdem Lukas zum dritten Mal von seinem Posten kam, ließ ihn der König abermals zu sich rufen. Er beschenkte ihn reich und machte ihm den Vorschlag, dass er für Lukas ein Häuschen an die Brücke erbauen lassen wolle, worin jener wohnen sollte, um der Zauberin für immer den Übergang über die Brücke zu verwehren. Lukas war ganz mit dem Wunsch des Königs einverstanden, aber noch in dem Gemacht des Königs wurde der Plan vereitelt. Lukas fiel plötzlich besinnungslos zu Boden und konnte nur durch die größte Mühe wieder zu sich gebracht werden. Sein Zustand erlaubte es nicht, dass er nach dem Soldatenspital gebracht werden konnte. Deshalb wurde er auf den Befehl des Königs auf ein Zimmer des Schlosses gebracht. Und alle die gelehrten Doktoren, welche die Prinzessin behandelten, mussten auch ihn sogleich besuchen. Der König härmte sich nun doppelt, denn er hatte den Lukas liebgewonnen. Als er eines Tages bei der kranken Prinzessin, die sein Liebling war, am Bett saß, erzählte er dieser von dem Zufall, der den Lukas so plötzlich getroffen. Die Prinzessin horchte auf. Sie fand nach der Beschreibung des Königs sogleich in dem Kranken denjenigen wieder, den sie so sehr liebte. Sie weinte heftig, und da der König bat, entdeckte sie ihm alles. Der König gab ihr Hoffnung, und von dem Tag an erholte sich die Prinzessin sehr schnell. Bald war sie wieder ganz hergestellt, und nun bekam sie leicht vom König die Erlaubnis, den Lukas zu besuchen und zu pflegen. Aber der Zustand des Lukas wurde mit jedem Tag bedenklicher und schlimmer. Alles nur Mögliche wurde aufgeboten, aber es war vergebens. Eines Morgens fand man ihn starr und tot auf seinem Lager. Da war nun ein überaus großer Jammer im Schloss, und die Trauer der königlichen Familie teilte sich der ganzen Stadt mit. Der König beklagte laut und aufrichtig den Verlust, die Prinzessin verschloss sich in das einsamste Gemach und verschmähte Speis und Trank. Und die Einwohner der Residenz schlichen still und stumm durch die öden Straßen. Die Leiche des Lukas wurde in kostbare Gewänder gehüllt und mit großer Pracht umgeben in einem Saal des Schlosses öffentlich aufgestellt. In der Stille wurde alles zu einem glänzenden Begräbnis vorbereitet. Da kam am selben Tag, als Lukas begraben werden sollte, ein altes, greises Mütterchen ins Schloss und bat um die Gnade, den König zu sprechen. Das war die Mutter des Lukas. Sie hatte ihr Dorf vor langer, langer Zeit verlassen, weil ein schrecklicher Traum, der ihr drei Nächte hintereinander erschienen war, nicht Ruhe noch Rast ließ. An Leib und Seelekrank hatte sie sich mühsam von Ort zu Ort geschleppt. Sie wähnte, dass ihr Sohn unglücklich sei und wollte und musste ihn finden. Zwar wusste sie nicht wo, aber ein unbestimmtes, leitendes Gefühl zog sie rastlos weiter, bis sie endlich an die Tore der Residenz gelangte. Hier war ihr die Zauberin erschienen und hatte ihr alles bis auf den Tod von ihrem Sohn gesagt und sie bereitwillig zum Schloss geführt. Der König nahm die Alte huldreich und freundlich auf, doch als ihm diese sagte, wer sie war und weshalb sie gekommen, da fasste ihn Schrecken und tiefer Schmerz. Langsam und schonend bereitete er sie auf den Tod ihres Sohnes vor, bis er ihr zuletzt auch diesen verkündete. Die Alte schrie laut auf und verhüllte klagend ihr Gesicht. Die Prinzessin hatte den Schrei gehört. Eine Ahnung durchflog ihr Herz. Und alsbald kam sie herzu und als sie vom König die Bestätigung ihrer Ahnung vernahm, tröstete sie die Alte und weinte mit ihr. Nun wurde die Mutter, die den Sohn zu sehen begehrte, von dem König und der Prinzessin gestützt nach dem Saal geführt und eine Menge Hofleute folgten schweigend nach. Die Alte fiel schluchzend über die Leiche her und überschüttete sie mit heißen Tränen und Küssen. Und zuletzt sank sie gebrochen und erschöpft am Lager nieder. Die anderen standen lautlos umher. Da tauchte plötzlich zu Häupten des Toten die Zauberin aus dem Boden empor. Sie war in ein langes, dunkles Gewand gehüllt und in der Hand trug sie einen frischen Rosenzweig. Alles wich erschreckt zurück. Seit der Krankheit des Lukas war sie dem König nicht mehr erschienen. Er glaubte ihren starren Sinn endlich gebrochen und umso mehr überraschte ihn jetzt ihr plötzlicher seltsamer Auftritt. Die Zauberin trat der Mutter gegenüber an die andere Seite des Lukas und strich diesem mit der Hand dreimal über die Stirn. In diesem Augenblick fingen die Pulse des Erstarrten wieder ganz leise zu strömen an. Doch er blieb unbeweglich liegen. Nur was um ihn her gesprochen wurde konnte er deutlich vernehmen. Die Zauberin schwenkte den Rosenzweig nach den Versammelten und über die Leiche hin und sprach »Seid getrost, er wird erwachen, wenn er die Mutter zwischen vielen anderen Weibern an der Hand erkennt.« Die Mutter horchte freudig auf. Sie klammerte sich beglückt an diese Hoffnung. Die Prinzessin aber erbebte. Der König suchte mit scheuen Augen die Zauberin, doch diese war verschwunden, wie sie gekommen. Nun ließ der König in aller Eile eine Menge Frauen und Jungfrauen in das Schloss bestellen, die sich auch bald zu dem wunderbarsten Schauspiel einstellten. Ein großer Teil der Frauen war in schwarze Gewänder gehüllt und diese alle bildeten für sich eine finstere Abteilung, dagegen waren die anderen alle weiß gekleidet und diese umgaben traurig wie Engel des Lichts den Toten. Die Mutter war nicht vom Lager des Sohnes aufgestanden. Erst als die weiße Scha sich mehr und mehr versammelte, gesellte sie sich zu dieser. Der König mit der Prinzessin und der ganze Hofstadt hatten sich im Hintergrund aufgestellt. Es fing zu dunkeln an. Die Lichter im Saal brannten bereits und eine tiefe, ernste Stille senkte sich allmählich auf den Raum hernieder. Man wartete noch und niemand wusste, warum. Da erschien wieder am Kopfende der Leiche die Zauberin in derselben Weise wie am Morgen. Eine Weile stand sie da, unbeweglich, mit untergeschlagenen Armen dicht in ihr Gewand verhüllt. Endlich gab sie mit dem Rosenzweig das Zeichen zum Anfang. Plötzlich erklang eine unsichtbare, liebliche Musik in leisen Tönen und die Frauengestalten, die Weißen mit den Schwarzen vermengt, umzogenen weiten und immer enger werdenden Kreisen die Bahre und fassten die Hand der Leiche. Die Prinzessin lehnte vor Furcht und Erwartung atemlos auf den König. Die Zauberin stand unbeweglich da. Zwischen den schwarzen Frauen hatte sich ungesehen eine lange, hagere Gestalt geschlichen und diese hatte sich immer vordrängend schon dreimal die Hand gefasst und dabei leise geflüstert, Ich bin's, ich bin's. Doch Lukas blieb unbeweglich. Immer neue Reihen kamen, schwellender und lauter wurde die Musik und immer wieder drängte sich die hagere Schwarze flüsternd herzu. Doch Lukas blieb unbeweglich. Endlich kam die Mutter. Inmitten zweier junger Mädchen ging sie. Die lange Schwarze drängte sich noch einmal vor. Doch Lukas rührte sich nicht. Die Knie der Mutter wankten, ihr Atem stockte und die Sinne drohten ihr zu schwinden. Aber mit Riesenkraft hielt sie sich aufrecht, denn die Zauberin sah ihr forschend ins Auge. Jetzt war sie nahe, jetzt trat sie an die Leiche heran. Die Prinzessin unterdrückte einen Schrei und sank in die Arme des Königs. Die Mutter fasste die Hand. Dadurch drang es den Lukas so weich, so warm wie Himmelskuss und Kindestraum. Er drückte die Hand, die seine erfasst. Er bebte und rang und plötzlich, sich hochaufrichtend, rief er laut, sie ist's und er öffnete die Augen. Und sie war's. Die Mutter lag weinend und lachend zugleich an seinem Hals und beide Arme umschlossen sich fest und innig. Die Musik verstummte, die schwarzen Frauen flohen in wilder Hast aus dem Saal, die Weißen aber bildeten einen Kreis um das Lager und teilten die Wonne der glücklichen Mutter. Die Zauberin war verschwunden, ihr Rosenzweig aber lag auf dem Lager und alle die vorhin geschlossenen Knospen an demselben waren erblüht und entströmten süßen Duft. Endlich erhob sich Lukas ganz vom Lager. Aber noch immer hielt er die Mutter umfangen und nur für sie hatte er Sinn und Gefühl. Da führte auch der König die Prinzessin bei der Hand dem Geretteten entgegen. Diese hielt ihm lächelnd die Zauberblume hin und nun erst erinnerte sich Lukas der Worte der Zauberin. Entzückt sah er der Prinzessin ins errötende Antlitz und voll Ehrfurcht küsste er den Saum des Gewandes. Der König stand überlegend da. Als ihn aber der feuchte, flehende Blick der Prinzessin traf, da schloss er den Lukas in seine Arme und legte seine Hand in die der Prinzessin. Die Rührung und Freude erfasste alle Anwesende und diese jubelten laut »Es lebe der König! Es lebe das glückliche Paar!« Nun wollte der König der Zauberin die volle Freiheit wieder schenken, denn sie hatte alles zum Besten geführt. Doch sie war nirgends zu finden. Sie kam auch niemals wieder. Ihre Sendung war vollbracht. Nach kurzer Zeit wurde Lukas mit der schönen Prinzessin vermählt und das glückliche Paar bezog das prächtige Schloss der Zauberin. Auch die Mutter des Lukas wohnte dort und alle drei lebten zufrieden und von dem Geist der Zauberin beschützt bis an ihr Ende. Zauberin 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 Zauberin